Herzlich willkommen, meine liebe Waage, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon auf die Woche vom 10. bis zum 16. Juni und ich schaue, was dich stärkt bzw. was dich eher schwächt. So, ach, schau an. Mmh, okay, nutze deine Chancen und lass es nicht nur bei Träumereien. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Ich finde sowieso, wir alle müssen mehr ins Tun, ins Machen kommen, wir müssen aktiver sein. Wenn wir etwas uns vornehmen, sollten wir es machen. Ich höre mal ganz, ganz viele Ausreden und auch von mir selber kenne ich das. Jetzt ist ein ungünstiger Zeitpunkt, ich traue mich nicht und so weiter und so fort. Das Ding ist halt, was wir hier haben auf der Nicht-Machen-Seite, das sind nur Chancen. Das sind tatsächlich Sachen, die man im Ausblick hat. Also, wir haben ja einmal das Ast der Stäbe und das zeigt, ich habe feurige Impulse, ich habe knisternde Ideen, Sachen, die mich vielleicht auch begeistern. Leidenschaft, ja, vielleicht auch mich beruflich zu verändern in dem Sinne, dass ich sage, da ist plötzlich irgendwie irgendwas, was mich wirklich erfüllt, wo ich mich selber als Persönlichkeit weiterentwickeln kann. Nicht nur von 9 bis 16 Uhr zur Arbeit gehen und danach nach Hause, sondern wirklich auch was, wofür mein Herz brennt. Hier haben wir den Pagen der Münze, das ist auch nochmal eine interessante Sache, weil der Page wiederum zeigt, hier wäre auch noch ein bisschen mehr Geld versteckt. Hier wäre tatsächlich auch nochmal ein Gewinn versteckt, etwas mehr Geld zu verdienen. Und gleichzeitig zeigen die Münzen auch immer, dass da eine Entwicklung dahinter stecken könnte. Könnte ist hier das große Stichwort, weil das hier sind nur Chancen, ja, die man zwar vor der Nase hat, aber nicht ergreift. Hier wiederum, das ist eine spannende Legung. Was du tun solltest, ist die Chancen nehmen und bereits dran arbeiten, ja. Das ist so ein bisschen so eine Legung, die sagt, komm aus dem Knick, komm in die Hufe, werde aktiv. Wenn du dir irgendwas vorstellen kannst, kannst du es auch erreichen. Dann solltest du es unbedingt machen. Diese Person auf der Karte hat einen roten Umhang und rot ist immer die Farbe des Erfolges und die Karte impliziert, dass da schon jemand etwas getan hat und jetzt so ein bisschen auf seine Erfolge hinunterschaut und in eine gute Zukunft blicken kann und eben schon ganz anders planen kann als jemand, der den ganzen Kram nur im Kopf hat und vielleicht noch nicht in der Umsetzung ist. Von daher, geh in die Umsetzung, mach was und es geht hier tatsächlich darum, um sich selber zu vervollständigen oder beziehungsweise auch Erfüllung zu finden in dem, was man tut, ja. So, meine Lieben, so sieht es aus in dieser Woche, was ihr tun solltet und es scheint hier tatsächlich auch so Richtung Beruf zu gehen, das muss ich nochmal deutlich betonen, aber natürlich auch Richtung Hobby oder Familie oder was auch immer, ja. Egal, wofür euer Herz schlägt, fangt an. Macht es. Nicht nur planen, nicht nur vorstellen, sondern geht in die Umsetzung. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat.